Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de Ich wollte euch mit diesem Video nur kurz mitteilen, dass ich ab sofort unter anderem auch heute Abend Hashtag Update Live Streams auf Instagram machen werde. Also heute gegen 20 Uhr würde ich einfach mal schätzen, wollte ich da live gehen und so viele Fragen von euch wie möglich zu beantworten. Also der Fokus liegt wirklich auf Hashtag Update Fragen, also Update Fragen zu den nächsten Updates logischerweise. Aber auch, ich werde dann natürlich auch Real Live Fragen oder allgemein irgendwelche anderen Fragen beantworten. Deshalb empfehle ich jeden von euch einfach mal auf Instagram vorbeizuschauen, Link in der Beschreibung oder meinen Namen einfach bei Instagram eingeben, GamingGuides.de Da werdet ihr mich schon finden und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hashtag Update Livestream, wie gesagt heute auf Instagram und allgemein jetzt auch in Zukunft etwas regelmäßiger, weil das Ganze kann wirklich gut funktionieren. Also es funktioniert tatsächlich wirklich gut. Ich kann nicht auf Twitch streamen oder auf YouTube, dafür habe ich zu schlechtes Internet, aber mit Instagram zu streamen mit meinem Handy funktioniert dann einfach tatsächlich. Und ich denke mal, mit einem kleinen Anfang können wir dann auch mal starten, bis ich neues Internet habe. Streame ich halt einfach da so lange. Wie gesagt, heute gegen 20 Uhr live auf Instagram und allgemein jetzt auch in Zukunft ein bisschen regelmäßiger. Instagram at GamingGuides.de, schaut vorbei Freunde, ich freue mich auf euch und bis dann Freunde, auf Wiedersehen.